Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde bei Pokemon JM. Ich bin der Stefan und heute meine lieben Freunde gibt es wieder ein tolles Opening von mir. Und ich muss da zuerst mal anfangen. Ich habe einen halben Schlaganfall bekommen, als ich jetzt beim GameStop war. Ich habe mir letzte Woche schon gedacht, Mensch die Zygarde Pin Collection, die haben ja noch gar nicht auf dem Channel geöffnet. Die holst du mal eben von GameStop nächste Woche und dann machst du das Ding auf. Habe ich jetzt gemacht und als ich dann im GameStop stand und sah, dass das Ding 20,99 Euro kostet. Ich habe hier sogar das Etikett jetzt noch dran gelassen. Hat sich fast umgehauen. Also 21 Euro für drei Booster, eine Pomokarte und ein Pin. Das ist schon ein bisschen happig. Also muss man wirklich sagen, deswegen haben wir auch nur eine davon gekauft und nicht 10 oder so. Weil es halt einfach wirklich extrem teuer ist. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich diesen tollen Pin drin. Ich mache das Ganze jetzt hier mal auf. Und dann gucken wir mal da rein, wie das Ganze denn so aussieht. Meine lieben Freunde, wir haben im Übrigen jetzt ein Postfach. Das heißt, ihr könnt uns jetzt jederzeit Fan-Mail zum Beispiel auch schicken, wenn ihr uns sowas denn schicken wollt. Wollt ihr davon abgesehen. Es könnte auch aber auch möglich sein, dass ihr euch denkt, dem komischen Stefan und dem Marc, dem will ich nichts schicken. Das sind eigentlich ziemliche Idioten. Aber wie gesagt, dazu gibt es auch morgen noch ein Video. Morgen gibt es nämlich auch wieder ein Cards beim Mail Opening. Ich habe einige Briefe und sogar ein Paket auch, das wir öffnen. Darauf könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und daher erläutere ich das Ganze auch nochmal mit dem Postfach. Also wir heben jetzt hier mal die Plastikdingens hier weg. Dann haben wir hier einmal die Zygarde-Promo-Karte, pulsierender Schuss 60 und Bodengewalt 130. Ist eine Sonne-Mond-Promo, sehe ich jetzt hier gerade auch ein bisschen gewählt. War gut, was soll's. Sieht eigentlich ganz schick aus, muss man sagen. Dann haben wir hier den Pin, der ja, der eigentlich ziemlich sweet ist, muss man sagen. Also der sieht eigentlich doch ganz cool aus. Doch, der gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Packen wir hier hin und dann haben wir. Ah, okay. Ich dachte schon, ich habe wieder keinen Code nicht dabei. Wobei, ich glaube, den schenke ich euch. Ich glaube nicht, dass ich den brauchen werde. Viel Spaß damit. Und wir haben hier drei Booster. Und ich hoffe mal, für 21 Euro lohnt sich das Ganze jetzt hier. Wir haben einen Schicksalsschmiede, einen Evolution und einen Sonne- und Mond-Booster. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also irgendwie, beim Schicksalsschmiede spürt man, dass es dünner ist. Definitiv. Dass weniger Karten dann sind, weil hier Sonne und Mond sind ja 11. Das Evolution und das Sonne und Mond sind aber von der Stärke her irgendwie, ja. Was labere ich denn für ein Bullshit eigentlich? Öffnen wir das Ganze und wir starten einmal mal mit Schicksalsschmiede. Das ist das älteste Booster und hoffen, dass wir heute mal, oder dass ich allgemein mal wieder Glück habe mit meinen Boxen. Ich habe nämlich überhaupt kein Glück. Einen Code gibt es auch für euch. Bitteschön, viel Spaß damit. Drei und zwei. Und dann gucken wir mal. Wir starten mit einem Picochiller. Ein Diktar. Eine Reolu. Dann haben wir einen Rokara. Sesokits. Krakelo. Simsal als Geistesbund. Ein Burmadam. Die Reverse Folie ist ein Lavita. In der Höhle ist ein ganz cooles Artwerk. Gefällt mir. Die Rare. Oh nice! Ein Glaziola EX. Okay, das Ganze hat sich ja schon mal einigermaßen gelobt, muss man sagen. Erstes Booster und gleich eine EX-Karte. Ziemlich, ziemlich nice. Packen wir mal die... Na, wobei, ich packe den ganzen Stapel einfach hier weg. Und Ding. Wow, wir haben schon eine EX-Karte. Das Ganze ist doch schon mal ganz gut. Okay, mach mal den nächsten Booster. Oh, die Evolution, die gehen so schwer auf. Das ist unglaublich. Und... So. Auch hier gibt es wieder den Code für euch, liebe Leute. Viel Spaß damit. So, 3, 2. Und wir starten mit einem Fucano. Ein Pikachu. Oh man, mittlerweile muss ich wirklich sagen, macht das wieder Spaß, auch die Evolution Booster zu öffnen. Eine Psycho-Energie-Karte. Da es jetzt doch schon wieder seltener wird, dass man die Booster mal zur Hand bekommt und öffnen kann. Finde ich es eigentlich doch wieder richtig interessant. Ein Radfatz. Visa Floors, Geistesbund. Magma. Einen Trank. Die Reverse Holo ist ein Noxchan. Also eine Reverse Holo und Rare-Karte. Sehr, sehr cool. Und die Rare... Oh mein Gott, ein Taubos EX. Wow. Okay, wir haben hier wieder Glück, Leute. Wir haben wieder Glück. Mein Glück kehrt zurück. Mein Glück kehrt zurück. Ich kann es gar nicht fassen. Zwei EX-Karten aus zwei Packs und jetzt noch das Sonne und Mond. Boah, hoffen wir, dass wir hier auch noch Glück haben, oder Leute? Jetzt bin ich richtig gespannt und ich bekomme es nicht auf. Ich bekomme das Scheiß-Dieser nicht auf. Jetzt haben wir es. Okay, okay, okay. Alles klar. Alles klar. So. Wir packen das Booster hier wieder zur Seite. Die Code-Karte diesmal behalte ich mir aber, weil ich da noch was vorhabe. Mit den ganzen Sonnen- und Mond-Booster. Dann haben wir einmal vier hier und zwei, soweit ich weiß. Und soweit ich das noch richtig im Kopf habe. Und dann starten wir mal mit einem Ganobil. Ein Alola-Radfahrt, ein Snowball, ein Makuhita, ein Wommel. Dann haben wir eine Donner-Energie-Karte. Beziehungsweise eine Blitz-Energie. Ein Dragonier. Ein Quapuzzi. Ein Schmetterhammer. Der ist nicht schlecht. Die Reverse-Holo ist ein Arboretos. Und die Rare ein Fuego als Nicht-Holo-Rare. Na gut. Okay, es wäre jetzt vielleicht zu viel verlangt gewesen, wenn wir jetzt hier auch noch eine GX-Karte gezogen hätten. Nichtsdestotrotz, muss ich aber wirklich sagen, hat es sich eigentlich schon wieder gelohnt, diese 2099 für die Box. Jetzt haben wir hier dann doch zwei EX-Karten, einen tollen Pin und die Zygarde-Promo-Karte. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich nice. Und ja, das war es eigentlich schon wieder für heute. Leute, vergesst nicht, wir haben hier jetzt einen Discord. Da könnt ihr mit uns, könnt ihr reingucken, mit uns ein bisschen labern. Wir hatten da bisher eigentlich ziemlich viel Spaß, muss ich sagen. Auch Pokémon-Karten tauschen und so weiter. Wenn ihr da, da ist der Link unten in der Beschreibung. Da kommt ihr, hoppala. Da kommt ihr in unseren, ähm, in unseren Discord. Da ist quasi der Link, dass ihr da reinkommt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann morgen zum Cards by Mail Opening. Bis dann, Leute. Ciao.